ich bin wieder am start das hier ist mein drachenangriff ja drachenangriff hier diese bigdorf hier klar ist inaktiv aber durch meinen drachenangriff durch meinen luftangriff werden wir den vernichten ich zeig euch mal ja so muss ihr das auch genau machen blitz blitz bis die raketen am arsch gehen kaputt gehen dann königin dann königin kommt zum einsatz dann lakai wir mussten die rand kaputt machen damit die drachen direkt reinlaufen direkt rein fliegen hier sind die drachen die sehen geil aus und danach kommt ballons zeppelin geht auch direkt rein mitte aber leer kein mann drin keine einzige soldat drin so sieht das aus ganze wie ihr seht alles perfekt alles läuft perfekt genau so wie ich es wollte hier sind die die machen erstmal seitlich alles platt und platt räumen alles auf und hier königin gegen könig königin hat gemacht und hier hier musst du eiszauber benutzen leute hier musst du eiszauber benutzen sonst habt ihr keine chance aber in ferner türme sind sehr stark und es geht weiter weiter und weiter und ihr außen läuft auch alles sehr gut schön gehen heilere alles machen gute job leute alle machen gute job leute ja leute alles test hier sieht alles perfekt gelaufen so muss das auch sein so ein einsatz sein genau diese taktik könnt ihr auch versuchen beutejagd steinjagd prozentjagd alles ist möglich mit dieser taktik somit ist das ende leute das war guter angriff von mir ja zwar war der inaktiv ja in verändertum war nicht inaktiv aber trotzdem 100 prozent gelöscht ja ja abonniert meinen kanal leute daumen hoch geben liken liken und weiter empfehlen tschau leute haut rein